Es gibt sie noch, die Nachrichten von Sensationswert im Landkreis Mansfeld im Südharz sind jetzt Flüchtlinge von ihrer Bezahlung ausgeschlossen worden, weil sie bei der Fluthilfe ihre Arbeitskraft verweigert haben. Des Weiteren ist in einem anderen Landkreis in Eichsfeld in Thüringen jetzt die Bezahlkarte ausgegeben worden und die Hälfte der Asylbewerber hat sich einen Job gesucht oder ist abgereist. Man braucht nur noch die Hälfte der bestellten Bezahlkarten und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es gibt sie noch, die Nachrichten, die Sensationswert haben. Es gibt hier einen Fall aus dem Landkreis Mansfeld im Südharz. Dort greift der Landrat jetzt durch und zwar geht es um Leistungsbezieher von Asylbewerberleistungen, die bei der letzten Flut, es geht nicht um die aktuell in Süddeutschland, sondern es geht um die in Sangershausen rund um den Jahreswechsel. Dort wurden Flüchtlinge für Aufräumarbeiten herangezogen, was auch legitim ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Landrat von der CDU, André Schröder, erklärte am letzten Mittwoch, dass nicht alle an diesen Aufräumarbeiten nach der Flut teilgenommen haben und das, obwohl man sie dazu verpflichten kann. Sie hatten keine Lust, Sandsäcke zu schleppen. Es war kurz vor Silvester, letztes Jahr, als der Katastrophenfall in Sangershausen ausgerufen wurde. Und auch heute noch vier Monate danach, fünf Monate danach, wird noch aufgeräumt in Mansfeld. Die Schäden, die waren wirklich immens. Zur Unterstützung sind 64 Asylbewerber verpflichtet worden. 15 davon haben ihren Einsatz ohne triftigen Grund verweigert. Und eben diesen 15 hat man jetzt die Asylbewerberleistungen gestrichen. Mir ist nicht klar, ob komplett oder nur zu einem Teil. Das steht hier nicht. Aber, wie sagt der Landrat, das wird nicht toleriert. Und das muss Schule machen. Das muss in ganz Deutschland passieren. Denn nur, wenn wir unseren Magneten, unseren Sozialstaatsmagneten endlich abstellen und zu unserem Sozialstaat auch endlich die Pflichten kommunizieren, die dazugehören. Denn ein Sozialstaat kann nur dann funktionieren, wenn die, die da einzahlen, darüber entscheiden, wer am Ende das Geld bekommt. Und im Moment entscheiden die Politiker, wer unser sauer verdientes Geld bekommt, ohne dass wir gefragt werden. Genauso bekommen in diesem Land abgelehnte Asylbewerber die Krankenversicherung gezahlt und so weiter. Das gehört einfach abgeschafft, damit man sie zur Ausreise zwingt oder nötigt. Jetzt gibt es hier allerdings noch einen weiteren Fall aus Thüringen. Ihr seht, in Thüringen ist richtig was los. Und zwar, die ersten Migranten reisen ab oder gehen arbeiten wegen den Bezahlkarten. Und zwar das Geschrei der Grünen, wie unmenschlich doch solche Bezahlkarten sind. Nein, sie sind nicht unmenschlich, sondern sie trennen endlich mal die Spreu vom Weizen. Diejenigen, die wirklich bereit sind zu arbeiten, darunter sind auch die Wirtschaftsflüchtlinge, die werden jetzt genötigt, endlich mal zu arbeiten in diesem Land. Und die anderen, die reisen ab, zum Beispiel nach Frankreich. Dort gibt es auch knapp 500 Euro pro Monat für jeden Asylbewerber. Die Leistungen sind fast so hoch wie in Deutschland, nur fast. Allerdings war es in letzter Zeit einfacher, in Deutschland Geld zu kassieren. In allen 17 Thüringer Landkreisen werden inzwischen diese Bezahlkarten benutzt. Sie sind ausgegeben worden. Und hier eine parteilose Landrätin Peggy Kreiser aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Zitat Es ist eine leichte Tendenz erkennbar, aufgrund der Bezahlkarte einen Job anzunehmen. Alle Empfänger haben die Karte letztlich akzeptiert, aber bei etwa 2% gab es Diskussionen. Nur bei 2% gab es Diskussionen. Krass, ich hätte mit viel mehr gerechnet. In den Kreisen Weimarer Land, Eichsfeld und im Wartburg-Kreis bleiben Asylbewerber, die einen Job haben, von der Bezahlkarte verschont. Also sie dürfen ihr normales Girokonto mit ihrer Bankkarte weiter benutzen. Es ist unklar, ob sie hier zusätzliche Leistungen kriegen oder ob sie schon auf eigenen Füßen stehen. Im Landkreis Eichsfeld, dort ist es zu einem richtigen Erfolgsmodell mutiert. 400 Flüchtlinge kamen in Frage, 400 Bezahlkarten wollte man bestellen. Bisher haben nur 255 überhaupt eine benötigt. Denn 75 Personen haben sich direkt einen Job gesucht, damit sie diese Karte nicht nehmen müssen. Und 70 weitere Personen sind ausgereist. Hier steht ausgereist. Ich vermute mal, sie sind sogar aus der Bundesrepublik ausgereist. Der Landkreis Eichsfeld hat von Dezember 2022 bis April 2023 10 freiwillige Heimreisen registriert. Im gleichen Zeitraum ein Jahr später, also von vergangenen Dezember bis jetzt vergangenen April, reisten 70 von selbst ab. Und seht ihr, sie sagen Heimreise. Das ist eine Versiebenfachung, eine Steigerung um 700%. Im letzten Winter ohne Bezahlkarte kamen 128 Asylbewerber dazu. Im ersten Winter mit Bezahlkarte nur noch 117. Und ich wette, es sind keine 50 mehr am Ende des Jahres. Denn wenn wir endlich mal durchziehen, wenn wir endlich mal Recht und Gesetz in diesem Lande durchsetzen, und zwar für jeden. Das heißt auch Frau Annalena Baerbock, Sie haben sich von der Staatsanwaltschaft in Berlin zu verantworten für das Nutzen des kriminellen Hachawalla Bankings, für das Vergeben dubioser Visa in der Botschaft von Islamabad. Das Verfahren steckt hier weiter bei der Staatsanwaltschaft. Es geht um ihre Mitarbeiter, die offenkundig, obwohl es Identitäten waren, von denen man wusste, dass sie gefälscht oder gestohlen sind, sie waren der Meinung, man gibt den Leuten trotzdem den deutschen Pass. Und sie sind es, die immer noch verhindert, dass wir abschieben nach Afghanistan und nach Syrien. Selbst Frau Roth ertreistet sich, sich ins Fernsehen zu setzen bei Maischberger und zu sagen, wir können nicht einfach abschieben in einem Rechtsstaat. Und da muss man mal sagen, ihr Grünen seid bald nur noch so groß mit Hut und haltet besser mal die Klappe. In einem Rechtsstaat wären die ganzen Illegalen gar nicht in unserem Land. Rufen könnte noch leben, denn der Afghane war neun Jahre nur geduldet hier. Hätte man einfach die Ausreisepflicht ihm auferlegt und sie dann durchgezogen. Ich erinnere nochmal daran, es gibt jeden Tag ab Deutschland Flüge nach Kabul. Wir können einfach die Leute in den Flieger setzen und Ciao Kakao rufen, dann sind sie weg. Ja, aber wie sagte Frau Roth, in Afghanistan, da herrscht die Taliban, das ist das Kernland des Islamismus. Und das war ihr Grund, warum wir keinen Islamisten dorthin abschieben. Da frage ich mich, Leute, ihr habt ja nicht nur nichts zwischen den Ohren, also ihr habt nichts im Kopf, sondern da hat auch noch einer einen großen Haufen reingelegt und vergessen rumzurühren, wie man sprichwörtlich sagt. Thüringen macht vor, wie es in der ganzen Bundesrepublik zu sein hat. Wir ziehen sie heran für zum Arbeiten, wenn sie nicht arbeiten, Geld gestrichen. Wir geben ihnen Bezahlkarten, wenn sie die nicht wollen, da ist die Tür Abmarsch oder Arbeiten. Nur wer in seinem Land seine Regeln konsequent durchsetzt, kann auch am Ende erwarten, dass die Gesellschaft Respekt gegenüber den Regierenden entwickelt. Wenn man aber wie die letzten Jahrzehnte das Volk mit Füßen tritt und das Geld der Steuerzahler ins Ausland kippt, dann braucht man sich nicht wundern, dass es Bundesländer gibt, in denen die AfD aktuell stärkste Kraft ist. Und sich dann hinstellen und sagen, die Rechten sind aber die Gefahr. Das ist hier oben, Leute. Ihr seid die Gefahr für euch selbst. Denn durch eure schlechte Politik gehen eure Mandate verloren. Das habt ihr allerdings noch nicht kapiert. Ihr klammert euch an den letzten Inlandsgeheimdienst, der euch noch zur Seite steht, des Bundesamts für Verfassungsschutz, was inzwischen jeden in diesem Land beobachtet. Gestern kam wieder raus, eine Journalistin wurde beobachtet, weil sie einen Artikel über den Reichstagssturm geschrieben hat und darin gefordert hat, wir schaffen den Verfassungsschutz ab. Soweit geht meine Forderung nicht. Aber hier nochmal für Herrn Haldenwang und alle Mitarbeiter, die Abschaffung des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu fordern, ist im Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in diesem Land. Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nicht Teil der FDGO in diesem Land. Denn es steht nirgendwo im Grundgesetz und geschweige denn sonst wo. Es ist eine Erfindung der Regierenden, sich hier einen Inlandsgeheimdienst zu ziehen, um die Leute zu drangsalieren und zu schikanieren. Und das ist wie die Stasi in der DDR. Ich vergleiche das nicht. Ich sage nur, es ist wie. Ich sage nicht, dass es gleich ist. Aber jeder, der das sagt, ist in diesem Lande Staatsfeind Nummer 1. Und die Suleimans dieser Welt, die werden weiterhin hier geduldet, obwohl sie keine Bleibeperspektiven haben, weil er kein Flüchtling war, sondern ein Wirtschaftsmigrant. Er ist abgelehnt. Der deutsche Staat hat gesagt, du hast keinen Anspruch auf Asyl. Du bist kein Flüchtling, sondern du bist Wirtschaftsmigrant. Und die Grünen wollen das ins Gegenteil verkehren und sagen, wenn er denn verurteilt wird, dann schieben wir ihn vielleicht ab, irgendwann in ferner Zukunft. Und das ist grüne Realität. Ich weiß nicht, ob alle Leute inzwischen kapiert haben, was sie sich mit der Ampelregierung ans Bein gebunden haben. Es gibt ja immer noch Leute, die den Parteien ihre Stimme geben, aber es ist nicht mehr die Mehrheit in diesem Land. Es ist die Minderheit. Und so werden wir es wohl bald erleben, dass die Grünen oder die Roten auf einmal in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil sie nur noch Randgruppen der Gesellschaft sind, weil niemand mehr mit ihnen sich unterhalten will, weil niemand mehr diese Politik versteht. Dabei waren es diese Parteien, die jahrelang gesagt haben, die Demokraten müssen zusammenhalten. Wer selbst anfängt, die Gesellschaft zu spalten und aufzuteilen in Leuten, mit denen man arbeiten kann und nicht arbeiten kann, der ist der größte Spalter dieser Nation. Aber was soll man sagen? Herr Olaf Scholz mit seinen Haaren sieht ja schon aus wie ein Spaltklotz beim Holzhacken, aber anderes Thema. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier, dass wir endlich mal klare Kante zeigen müssen in diesem Land? Und das gilt auch gegen unsere deutschen Bürgergeldempfänger. Schickt sie alle Arbeiten? Endlich los, schickt sie alle Arbeiten. Ich kann es nicht mehr hören. Meine Kita hat zu. Sie streiken für mehr Personal. Witz an der Sache. Nur 27 Prozent in der Kita arbeiten Vollzeit, der Rest nur Teilzeit. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man selbst keine volle Stelle bedient, um dann zu sagen, der Chef soll mal neue Stellen schaffen. Leute, wo soll das Personal vom Himmel fallen? In den Berliner Kita-Betrieben werden Kräfte gesucht. Also es gibt keinen Einstellungsstopp. Es wird weiterhin versucht, Personal zu finden. Aber wenn man jedem das Recht auf Teilzeit einräumt, auch ohne Begründung, dann kommt das dabei heraus. Wir haben nur noch Teilzeitbetreuung. Aber das geht den Leuten nicht in die Köpfe rein. Sie wollen diese Woche einen Tag streiken, nächste Woche drei Tage. Um der Politik abzuverlangen, sagen Sie, sollen Personen einstellen, die nicht vorhanden sind. Ich finde das absolut grotesk und es gehört absolut dieser Streik hier verboten. Vor allem gehört der Streik verboten an die Leute, die noch nicht mal Vollzeit arbeiten, wenn man selbst nicht alles gibt, aber dann vom Chef fordert, er soll neues Personal holen. Das ist nicht ehrlich, Leute. Das ist nicht ehrlich. Und da fangen wir mal damit an, dass alle Teilzeitkräfte einfach eine oder zwei Stunden die Woche mehr arbeiten. Also noch nicht Vollzeit, aber mal mehr arbeiten, um den Einsatzwillen zu zeigen. Aber nein, es sind auch öfters mal die Teilzeitkollegen, die immer krank sind in der Kita, aber anderes Thema. Wir sind hier bei den Flüchtlingen gewesen und bei diesem Land. Ob wir das Land noch retten können, naja, wird schwierig. Aber es gibt immer Mittel und Wege. Thüringen macht hier vor, wie es geht. Schmeißt sie raus, wenn sie keine Bezahlkarte wollen. Schmeißt sie raus, wenn sie nicht arbeiten wollen. Sie haben nach unseren Regeln zu hören. Ob sie das wollen oder nicht, das ist keine Frage. Wir sind der Gastgeber, wir bestimmen die Regeln. Ende der Diskussion. Jedem, der das nicht gefällt. Ihr habt fast 200 Länder auf der Welt, die ihr euch raussuchen könnt. Dann geht woanders hin. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Und vergesse auch nicht meinen Telegram-Kanal. Dort wirst du über jedes Video benachrichtigt. Den Link findest du unter dem Video oder gleich hier neben mir im Abspann. Denn YouTube möchte dich nicht über jedes meiner Videos informieren. Die Benachrichtigungen, sie sind nicht bei jedem Video dabei. Und das ist schade. So verpasst ihr vielleicht das ein oder andere interessante Video. Es sind nämlich immer die spannenden Themen, die YouTube hier nicht ausspielt. Deshalb abonniere diesen Kanal und meinen Telegram-Kanal. Dann bist du immer up to date. Damit mache ich Schluss. Ciao.